Was geht Leute, hallo und willkommen hier zu einer weiteren Indie-Horror-Folge mit Gatze. Heute spielen wir The Shadows und wir steigen sofort ins Spiel ein. HSM Interactive Presents It was late and I was driving home from work. The air felt strange like something wasn't right. Then all of a sudden I lost control of my truck and crashed. I pushed the truck next to a close-by shack where I could try to fix it. I picked up my night-vision camera and flashlight and thought I would set out to find some parts I could use. The air still felt strange and didn't like it. Okay. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas... Press M for the map. Oh. Okay. Das sieht schon so ein bisschen aus wie... Slenderman, was ist das? Parts. Cool. Das heißt, ich muss jetzt wieder hier irgendwie was aufsammeln. Und mich verfolgt damit sicher wieder irgendwo so ein komisches Vieh. Aber im Moment sehe ich nichts. Doch, da hinten blinkt was. Ah, ich gehe erstmal da oben hin. Schaue mich mal dort oben um. Bis jetzt ist es aber hier noch kein Vieh, oder? Doch. Ne, da hinten, da blinkt auch was. Das sind anscheinend Teile. Hoho, Glück für mich, dass es hier so schöne Grafifeller gibt, dass ich die sogar von... Wow. Ich kann ja jetzt alle sehen. Das ist ja genial. Oben ist eine Zeit. Es ist eine Minute und sieben Sekunden vergangen. Und da kommt schon das erste Vieh. Ja, mein Gott. Das ist ja... Das ist ja wunderbar. Ja. Freunden der Nacht. So sieht. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Auf jeden Fall ist das ein Vieh. Ene, me, ne, mu. Und gehen wir mal zur Kirche. Go to church. Ist schon sehr, 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 sehr dunkel. Das Vieh scheint weg zu sein. Ich sehe das nicht mehr. Nein. Da sehe ich Augen. Fick dich. Das sind, glaube ich, mehrere anscheinend. Kann ich überhaupt rennen? Ja, aber... Mein Gott, der Speed. Das ist ja... Das ist ja schon fast als... Kommt der schon Speedhack gleich. Okay. Na toll. Jetzt ist es bestimmt zu. Jetzt komme ich da nicht hin. Ah, doch, da ist es. Okay. Parts gefunden. Da ist es. Ho. 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 Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich hoffe, das ist kein Vieh, sondern so ein Stück von dem Teil. Und jetzt schauen wir uns nochmal zurück. Okay. Und jetzt gehen wir weiter. Wobei, nochmal... Okay. Und nochmal. Oh, jetzt ist das hier ein Wald. Ich kriege es große Kotzen. Komm schon. Oh ja. Vier. Drei Stück. Da hinten rechts war noch eins. Was war das? Ich habe wieder irgendwas blinken. Da hinten ist ein Teil. Okay. Sauber. Okay. Scheiß drauf. Wo sind die? Sind die noch mehr? Nicht, dass da gleich fünf hinter mir sind, weil dann bin ich nämlich ziemlich im Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, da ist noch ein Teil. Lauf ich mal weg. Ey, wie schnell ist denn das? War da hinten noch eins? Okay, ist hier ein Haus? Ist da irgendwo noch was? Ach Gott, ey. Hier rennt gerade eine Fliege über mein Schreibtisch. Habe ich mich jetzt erschrocken? Drecksvieh. Hau! Huuuuhu. Da ist noch eins. Huuu. Huuu. Die wollen mich zerwarschen. Ich meine verarschen. Die sehen so ein bisschen aus wie von Amnesia. Diese komischen Viecher. Okay, ich brauche jetzt noch einen Teil, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich konnte nämlich jetzt gerade nicht gucken, als ich aufgenommen habe. Weil ich war zu schockiert, als ich diese Viecher gesehen habe. Und natürlich ist da ein Zaun. Ach, komm. Springen kann ich nicht. Oh, 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 oh. Verdammte Scheiße. Oh, geh weg. Werden die jetzt immer schneller, oder was? Wada. Nein, da war nichts. Nur noch ein Part. Komm schon, ich schaffe es. Ich sehe absolut nichts. Nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich lang gehen soll. Das ist unglaublich. Das ist brutal. Da hinten ist es zwei. Kommen die? Okay. Lieber nichts. Ich schlafe mal rein. Was kannst du hier? Oh, man kann ja sogar durch die Bäume laufen. Aber das ist ja... Ich habe nur Clip-Mode. Boing. Aber egal. Wollen wir ja ein bisschen beim Realismus bleiben und denen ausweichen. Trotz, dass wir durch die hindurchlaufen können. Was ein bisschen blöd ist. Was war das? Da kommt noch so ein Vieh. Alles klar. Komm jetzt gleich noch... Noch drei, vier. Wie viel sind es jetzt schon? Fünf? Vier? Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Ganz ehrlich. Ich habe mich verlaufen. Ich habe eine Karte. Ja, super Karte. Ich sehe mich da drauf. Wenn ich mal... Ja. Ja, ich hoffe mal, die werden nicht mit der Zeit schneller, weil... Dann ist vorbei. Da ist das Vieh. Guten Tag. Und da sehe ich auch schon wieder irgendwas. Eine... Ah, das ist die Kirche. Wunderbar. Ich gehe mal in die Kirche rein. Vielleicht ist da drin noch irgendetwas. Es ist zwar jetzt sehr risky, hier reinzugehen, aber... No risk, no fun, würde ich mal sagen. Die sehen nämlich auch schon ein bisschen gruselig aus. Ich weiß mit euch, da ist jetzt bestimmt wieder irgendwas drin. Was da mit Sicherheit nicht reingehört. Okay. Check die Lage. Links ist da was. Ist dort was? Ist dort was? Nein, da ist nichts. Ist hier irgendwas? Natürlich ist hier nichts drin. Das war einfach ein abgekatertes Spiel. Kann ich da auch? Da kann ich nicht auch. Sauber. Super. Klasse. Schnell raus hier. Oh. Oh. Da geht mir gerade der Arsch auf Grundeis. Boah. Boah, ich kriege Gänsehaut, ey. Wo ist das letzte Teil? Ich versuche es jetzt nochmal. Ich laufe mal nach oben. Vielleicht sehe ich es dann irgendwo leuchten. Was? Zum Teufel. Wo kommt denn der jetzt her? Bin ich denn? Okay, da ist die Antenne. Da ist das Häuschen, wo ich war. Die Kirche war ich. Und dann das Haus. Da war ich auch schon drin. Ich sehe da nichts leuchten. Nein. Ich werde hier elendisch sterben. Ich habe hier hinten irgendwie was vergessen. Kann ich da rein? Ach, da drin ist ja was. Was war das? Batterien oder was? Ja. Jetzt häng ich fest. Super. Bin ich tot? Ne, doch nicht. Da ist der Zaun. Ja, komm. Was ist denn das für ein Witz? Okay, ich versuche es noch einmal. Okay, jetzt. Noch ein Schluck Energy Drink. So, meine Freunde. Jetzt gibt es Speed Mode. Also ich hatte ja sechs Stück, glaube ich. Komm schon, komm schon. Schnell. Ich muss die Teile finden, bevor die Viecher wiederkommen. Okay. Oh. Yeah. Das ist dann schon mal ein Bug. Erster Klasse. Okay, Part 1 habe ich gefunden. So. Das Ding sieht sowieso schon irgendwie zusammengeschissen aus. Aber das ist mir egal. Dort hinten war doch gerade irgendwas. Das habe ich doch gerade gesehen, oder? Da hinten liegt ein Teil. Werde ich dann erstmal rechts gehen. Da hinten liegt auch noch eins. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Wir haben schon 37 Sekunden. Was da drinnen liegt, hebe ich jetzt nicht auf. Das scheint irgendwie Batterien gewesen zu sein, oder so. Was eigentlich total unnötig ist, weil so wie ihr es ja gesehen habt, kann ich hier mit unendlichen Batterien rumlaufen. Was ich halt nur gerne mal wissen würde, ist, ob wenn ich das Licht ausmache, ob die mich dann noch sehen, oder nicht. Ich weiß es nicht. Das Vieh müsste jetzt eigentlich hier gleich irgendwo auftauchen. Rechts war das, links war das. Nein, da hinten liegt ein Teil. Dort liegt ein Teil. Dann renne ich erstmal zu dem Teil. Ich kippe. Holy fuck. Ja, komm. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur diese Teile sammeln. Ich tue euch doch nichts. Ich bin noch ganz friedlicher. Oh, kann ich da durch? Bitte, bitte, bitte. Kann ich da durchgreifen? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Muah. Ah, ihr könnt mich am Arsch lecken. Da hinten ist noch ein Teil. Ich habe es gesehen. Aber erstmal zur Kirche schnell. Schnell, schnell, schnell. Was ist das da? Rechts ist noch was. Ah, die kommen ja echt von fünf Seiten. Das ist ja unglaublich. Okay, dann kurze Planerinnerung. Gehe ich erstmal da hinten das Teil holen. Wo war das nochmal da hinten? Dann gehe ich auch gleich zum Haus. Vier, jetzt fehlen mir noch drei. Wo ist das Haus? Das Haus. Wo ist das Haus? Ich mache mal kurz das Licht aus. Vielleicht sehe ich irgendwas. Nein, das sehe ich nicht. Ach, Mann. Jetzt verehre ich mich schon wieder in diesem Scheißwald. Hier war doch irgendwo das Haus. Hallo. Wo war das Haus hier? Hier war doch irgendwo ein Haus. Ich bin doch... Ich versuche mal, mir die Karte zu erwischen. Ja, natürlich ist es jetzt zu. Da hinten ist irgendwas, oder? Die Karte ist sowas von für'n Arsch. Ja. Ist okay. Ich weiß, was wunderschöne weiße Augen... ...so bezaubernd. Die löschen so hell wie die Sterne. Aber ich kann dir leider nicht geben, was du suchst, mein Freund. Denn ich bin gerade selber auf der Suche nach... ...Teilen für meinen Truck. Beziehungsweise suche gerade... ...de hinten rennt noch so eine Gurke. Aber der rennt mir nicht hinterher. Das ist schon mal gut. Ich folge jetzt einfach diesem Scheißzaun. Weil ganz ehrlich, ich finde nämlich da gar nichts. Nicht mal irgendwie ein Umriss oder Umrandung. Das gibt's doch nicht. Okay, es ist der Zaun. Na, da ist er noch. Der Zaun ist noch da. Was ist das? Ja, da ist es doch. Ach, ganz schwere Geburt. So, jetzt muss ich mich langsam ranpirschen. Hier sind bestimmt irgendwo so komische Viecher. Obwohl, hier war ich noch gar nicht. Oh, hier war ich noch überhaupt nicht. Cool. Doch, hier war ich. Okay. Fuck, fuck. Und fuckity fuck. Wohin? Ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel. Wo muss ich denn hin? Verdammt. Ah, da ist es scheint. Scheint. Ebene zu sein. Ein Berg. Ja, das sieht gut aus. Okay, das sieht sehr gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, sehr schön. Okay. Dann geh ich jetzt nochmal zur Kirche. Ich hoffe mal, die sind mir jetzt so weit gefolgt, dass die jetzt irgendwo da hinten rumlungern. Und ich mich jetzt hier gemütlich umsehen kann. Das sieht... Ist das da hinten so ein Vieh? Ne, das... Farb war das. Was ging mit dem Baum ab? Und das... Sechste Teil. One left. Tja, jetzt ist alles oder nichts. Alles oder nichts. Ach, geh mir da nicht auf Sack. Das gibt's doch nicht. Ich muss da rein. Aber jetzt ist da so ein Vieh. Da in der Kirche muss doch noch so ein Ding sein. Das kann's doch nicht sein, dass das da in einem Wald drin ist, oder? Aber ich mach mal was ganz anderes jetzt. Ich lauf jetzt einfach mal da lang. Vielleicht ist ja da irgendwas. Entweder ein Vieh. Oder das letzte Teil. Weil ich war ja vorhin in... Naja, gut, im Zaun. Gut, das hat sich ja dann erledigt. Laufen wir mal dem Zaun entlang. Noch ein Teil. Komm schon. Komm. Ich muss es schaffen. Okay. Zaun, alles voll mit Zaun. So, das Vieh ist sehr schnell. Mhm. Interessant. Das scheint wohl sehr... ...fokussiert auf mich zu sein. Wenn ich jetzt Pech hab, werde ich gleich, bin ich umkreist. Sprich, wenn ich jetzt vorlaufe... Äh, ja. Sind noch die anderen Viecher da? Ich hoffe es nicht. Weil ich sehe nämlich jetzt gar nichts mehr. Das ist... Das ist blöd gemacht. Ich kann mal wissen, ob mich das Vieh noch verfolgt, wenn ich... Ja, verfolgt mich trotzdem, auch wenn ich kein... Auch wenn ich das Licht aus hab. Es muss doch in der Kirche sein. Es kann doch sonst nirgends immer sein, oder? Ja, gut, da kommt gleich das nächste Vieh. Ah, scheiße, Mann. Go, go, go. Renn. Bist du hier drin sicher? Ah, man kann hier hochlaufen. Das hätten wir mir auch mal gleich mal. Ah. You win. Oh, ja. Das kam jetzt gut. Ja, das war The Shadows. Oder The Shadow. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich liken und kommentieren nicht vergessen. Und wenn ihr mehr von diesen bekloppten Videos sehen wollt und mit diesen dummen Kommentaren von mir, dann vergesst nicht zu abonnieren. Also, ich hoffe, wir sehen uns zu einer weiteren Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann.